So, jetzt wollen wir hier links abbiegen, also Spiegelblinker nach links einordnen und dann sehen wir drüben auf der anderen Seite blinkte gerade noch ein gelber Pfeil. Jetzt ist da ein grüner Pfeil und grüner Pfeil heißt einfach Pfeil ist geil. Wir können einfach fahren, wir brauchen nicht auf den Gegenverkehr achten, können einfach abbiegen, weil in dem Moment, wo der grüne Pfeil leuchtet, hat der Gegenverkehr rot und kann nicht fahren. Das haben wir jetzt hier an der Kreuzung anders. Wenn hier jetzt gleich die Ampel grün wird, dann sind die Autos, die von vorne kommen, eben halt auch mit Vorfahrt bedacht. Ja, und weil wir links Abbieger sind, hat der Gegenverkehr Vorfahrt. Das heißt, wir fahren auf die Kreuzung, warten geduldig bis alle weg sind, gucken noch mal links nach den Fußgängern und biegen dann ruhig und entspannt um die Kurve nach links rum.